Nein. Äh. So, jetzt hol ich erstmal das Gatter. Ah, ist das nur rumgepümmelt. Ja. Hm. So. Sollte vielleicht noch mein Inventar ausleeren. Wäre vielleicht auch eine gute Idee, ne? Ja, würde zumindest nicht schaden. Ja. Nein. Na, alter. Sie gut reißen. Mach ich hier einen großen Gang aus. Kann ich ja hinterher auch noch die Bude mit einintegrieren. Oh, ja. Das Schafe ist schon mal intelligent und geht schon mal freiwillig rein. Naja. Ah, okay. So, warte. Geh da mal weg. Ich muss gerade mal das holen. Ich muss auch noch das. Kommt, alle. Ich hab Futter. Na, mach das mal weg. Ich kann das Schaf auch mit. Mach doch hier mal ein bisschen Platz. Das ist nicht so ein Problem, die hier rein zu kutschieren. Na, klasse. Mach ich das nochmal weg. Oh, Gravel. Das, was man beim Graben eigentlich nicht haben möchte. Na, super. Ah, egal. Mach ich hier erstmal. Na, eh. Okay, ich lass's dann. Oh, wie helfen kann sie nur einfach mal zu holen? Muss ich nur gucken, dass das Schwein auch... Ah, ha. Vergiss es. Ich werde ihn jetzt halt zu zwingen, dass... Schwein halt zu zwingen, dass es... ...dorthin geht. Dann erstmal das hier aufräumen. Und jo, mehr können wir jetzt auch nicht machen. Die Bäume gehen jetzt zu langsam weg, genauso wie das Wasser. Jetzt gucke ich nur, dass das Schwein endlich mal reinkommt. Mal wenn sie es ein bisschen vom Zaun weg bewegt. Den Zaun verkleinern. Ja, und das war's dann eigentlich. So sieht jetzt die Welt aus. Ganz schön kahl. Kahl. Eigentlich der kahl, aber... Ganz schön nackt, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt müssen wir gucken, weil... Am nächsten Tag, das ist das nächste Mal, wenn die Sonne aufgeht, können wir draußen nicht sein, ohne dass es uns... Naja, ein bisschen heiß wird. Um es mal so auszudrücken. So. Ich muss jetzt einfach über dich ein Dach... Über mir ein Dach... Okay. Die anderen Schweine haben wir ja auch in Sicherheit gebracht. Oh, die Musik. Wie schön. Okay, die stehen hier alle. Die stehen da, warum auch immer. Weißt du was? Paarungszeit. Ist bisher was übrig geblieben ist. Paaren wir jetzt mal ordentlich. Schäppchen! Und wo ist das Huhn? Da ist das Huhn. Dann wollte ich doch neuern, ne? Jo. Okay, geil. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich will jetzt die ganze Zeit stehen bleiben. Pfff. Ich will da halt stehen. Okay, das wär's soweit. Mal gucken, dass ich... Hab ich genügend Erde eigentlich? Könnte ich den Boden aus der Erde machen? Von der Gehege. Wäre doch schön. Dann haben wir wenigstens bei uns noch ein bisschen Spaß. Von der Gehege. Können wir ein bisschen Bohnen mitmachen. Und dann werden wir hier nochmal riesen Raum machen für unsere Bäume. Und für unsere Farben. Und noch einen Minenschacht. Also jetzt fängst du erst so richtig an. Das ist jetzt am Anfang. Das war jetzt nur ein hektisches Vorgeplänkel. Ich muss mal gucken, dass das Gras sich ausbreitet. Oh. Oh, nee. Ohne geht's nicht gut. Ich sollte auch schon mal anfangen, wirklich. Damit. So, warte mal kurz. Vorher mal nochmal. Eine Sache. Damit kein Viebekirchen kommen kann. Das ist nicht aus Versehen passiert. Mal jetzt. Noch mal ein Zauntor. Eine kleine Schleuse hierhin. Und dann buddile ich nach hierhin. Hier ein bisschen Platz für eine Farm. Wird alles noch umgelegt. Aber. Jetzt zum Anfang. Damit wir. Autark sind. Um das zu der Welt. Das müssen wir nämlich sein. Wenn nicht. Haben wir ein. Klitzekleines Problem. Und heute sollten wir erstmal auch haben. Für. Weitere Werkzeuge. Nachtsüber können wir dann noch ein bisschen Erde holen. Und Holz. Und das was da draußen übrig ist. Pferde können wir leider nicht mehr holen. Die werden wahrscheinlich jetzt diese Nacht. Nicht mehr leben. Also nicht überleben. Kann ich ja auch gleich mal ausprobieren was passiert wenn ich jetzt rausgebe. Hier. Wenn es nacht wird. Wenn es überhaupt nacht wird. Oh. Hier ist irgendwo in der Höhle. Da ist noch ordentlich Wasser muss ich sagen. Ich nehme mich mal mit. Weil die Holzstumpen die hier noch sind. Die werden auch nicht langer bleiben. Komischerweise. Hier. Das Dark Oakwood geht nicht weg. Das wundert mich hier. Eiche geht weg wie nichts. Das Dark Oakwood denkt sich so. Nö. Finde ich jetzt nicht schlecht. So ist es nun nicht. Wundert mich nur. Ich wundere mich nur. Aber wir haben zumindest das meiste was wir wollten. Die Schweine haben wir auch gesichert. Wenn wir wollen können wir uns da irgendwann mal hinten buddeln. Da werde ich aber erst gucken ob ich unten. Dass ich unten eine Mopfer mache. Wo ich dann mir. So missklatsche bis ich. Gartoschken kriege. Dann brauche ich einmal Wasser. Und einmal Wasser. Danke. Na guck mal. Das hier hat unter. Und da auch. Da hat es auch drunter überlebt. Interessant. Finde ich super. Ich will mal sagen. Hier kommt was hin. Na ja Melonen können wir ja auch anbauen. Boah ich habe aber noch eine Hake. Ich mache ich erst mal fünf Stück. Pflanze hier so an. Und. Zack 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 zack. Zack zack. Ich glaube die Farm werde ich echt nach unten. Belegen. Ah. Ich will mal das jetzt erstmal weg. Das Gravel geht mir nämlich jetzt schon die ganze Zeit offen. Ja. Weg mit dir. Wenn wir so das Grundlegende schon gebaut haben. Dann werde ich auch. Den Turm angehen. Den ich. Ja bauen wollte. Das werde ich aber dann erst machen. Warte ich habe ja noch ein paar Knochen. Dann mache ich mal so. Da ist ein Stück aus Borne. Und mache. Hier mit dem. Eins zwei. Eins zwei. Waren wir mal einen. Gut. Weiter geht es nicht. Das heißt wir dann noch zwischendurch Melonen kriegen. Das ist super. Kürbis haben wir nicht gekriegt. Das ist oder? Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir nicht. Ich hatte eigentlich die Tiere da draußen. Ich glaube ich werde ich nochmal. Wieso warum nicht? Die Tiere jetzt. Die da jetzt draußen sind. Die werden. So oder so. Weil das zeitliche segnen. Man merkt doch schon eine Sache. Meine Aufnahme geht jetzt schon so um die 20 Minuten. Das ist immer noch Tag. Wo ist die Sonne überhaupt? Ach die geht gleich unter. Oh oh. Warte mal. Haben wir eine. Wir haben Fackeln dabei. Schwein. Lass hier erstmal aber die Hühner. Die werden jetzt dran glauben. Oh. Ist hier aber nur. Brachland. Ja. Das Plugin ist schon schön. Ich lasse ich da mal erstmal. Man sieht das. Wie er das gemacht hat. Oder sie. Ja oder sie. Man soll die Sonne ein bisschen nach oben nochmal ziehen. Safe for now. For now. Okay. Hier sieht's noch total. Ah ja. Ist ja nicht gelahnt. In jedes Gebiet wo wir dann neu hinkommen. Da werden. Wird das dann neu gelahnt. Ja. Ja jetzt sieht man. Jetzt wachsen hier Dead Shrubs. Ja. Hier fängt es auch an. Muss halt alles dann an der. An den Stellen die wir dann neu. wieder neu laden. Da auch. Machen. Danke. Die Tüner haben ja echt Glück. Muss man sagen. Was sagt er jetzt? Dass er jetzt abends ist. Safe for now. Okay. Ist auch noch nicht ganz. Abend. So. Muss man den Rest noch holen. Das was noch geht. Der Rest wird leider verfallen. Außer jetzt der Schwarzeichenwald. Überlebt das aus irgendeinem Grund. XY. Oh warte mal. Oh. Komm dich will ich noch mitnehmen. Ah. Dann powder. Ganz ehrlich. Das kriegen wir. Oder so. Ja. Hi. Hm. Okay. Ich warte hier nochmal kurz. Was da noch runterkommt. Ich helfe jetzt nochmal ein bisschen nach. Ja. Guck mal. Hat sich doch. All. Ups. Hey. Was soll das denn hier werden. Das gibt's doch nicht. Oh. Jo. Sitzklinge gratis hier gerade. Geh da hin und krieg erstmal einen. Das ist sehr nett. Oh. So. Noch. Noch einer. Was kann ich wegschmeißen? Stein, Schwert, tschüss. Pilze haben wir. Pilze können wir noch anbauen. Ich renge jetzt erstmal nach Hause, weil ich weiß jetzt nicht, ob es hier gerade ist safe for now. Ist auch nicht noch nicht ganz. Ah. Jetzt fängt die Musik auch wieder an. Wie schön. Oh. Wie schrecklich das hier auch aussieht jetzt. Oh. Wie schön. Oh. Wie schrecklich. Oh. 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 So. 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 Das kann auch erstmal rein. Das ist ne gute Nahrungsquelle auch wenn die wirklich ne eher gesagt ne blöde Nahrungsquelle ist wegen den ganzen futtern nach meiner Mann. Aber man kann auch bald mal um das bisschen höher machen. Kann ja jetzt schon mal müssen. Hier weg machen. Da weg. Da weg. Da weg. Da weg. Da weg. Da. Da am bisschen. So. Aber ich würde mal sagen. Wie das jetzt in der Nacht aussieht. Ich kann ja mal hier. Very cold. Und ich bin mal gespannt. Wie es jetzt am nächsten Tag aussieht. Aber das erfahren wir dann erst. Aua. Mach den hier mal ne abmorti kaputt. Blödes Geh. Lette. Ah. Die Wunde ist auch noch. Oh nein. Kommt ganz normal rein. Sitz. 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 Okay. Ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.